So, ich hoffe es funktioniert jetzt endlich mal hier. Willkommen in der nächsten Folge Limbo, Folge 8 müssten wir jetzt sein, ne? Ich hoffe es funktioniert jetzt endlich. Ich hoffe es lag einfach gerade wirklich nur bei den ersten drei Versuchen diese Folge aufzunehmen. Daran, dass noch Google Chrome im Hintergrund offen war und damit Fraps blockiert hat, sodass es gleich zwei Videos auf einmal aufnehmen wollte, aber nicht konnte, weil es zu blöd dafür ist oder so. Ich weiß noch gar nicht genau. Ah, und jetzt geht das Problem nämlich wieder los, was ich hatte. Ich weiß jetzt rein theoretisch, wie es weitergeht. Praktisch frage ich mich nur, warum ich nicht da hinten respawn. Ich bin ja nämlich schon vorbeigekommen. Ne, also, hier, ne? Pam, aha, da siehst du die beiden Plattformen. Ich bin da tatsächlich, ich konnte hier raufspringen. Die Plattform schaukelt jetzt und dadurch kann hier rüber. Ich kann hier rüber, ja super. Ähm, ja, tut mir natürlich leid, dass... Aha, 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 tut mir natürlich leid, dass jetzt hier... Ich kann immer noch nicht reden. Tut mir leid, dass dieser Abschnitt jetzt fehlt. Siehste, wenn ich mich nicht drauf konzentriere, dann geht's nämlich. Tut mir leid, dass jetzt dieser, äh, eine Abschnitt der Folge fehlt, aber... Was will ich jetzt denn machen? Ich kann auch nicht mit fünf Frames aufnehmen, das ist einfach nicht spielbar. Und ich hoffe, es überlebt jetzt hier mehr als zwei Minuten. Nächste Frage übrigens, ähm... Ich kann hier nicht hoch. Ich kann hier überhaupt nicht hoch. Scheiß die Wand an. Ich kann hier ohne Scheiß nicht hoch. Oh, wie soll das gehen? Na komm, ich bin zu schnell für das Spiel, glaub ich. Warte mal kurz, ist hier irgendwo... Vielleicht... Ah! Also siehste... Ich hätte vielleicht... Naja, super. Das war ja nicht so super. Nein, hier. Kollege, du schaffst da. Du schaffst da, Kollege! Du schaffst da, jetzt komm runter. Vielleicht soll ich das hier wieder so hinlegen oder könnte ich wieder... Ah, so. Ich nehm... ...die Box hier jetzt einfach mal mit. Keine Ahnung, ob sie was... Fuck! Nein! Junge! Alter! Was? Warum tust du das? Nein, die Fresse. Wenn... Ah, komm. Schieb mal die Kiste hier rüber. Oh. Das war ja sehr elegant, aber... Fuck. Jetzt weiß ich, wofür die Kiste... Wofür die Kiste hier sein muss. Um schwerer zu sein, Alter. Ernsthaft? Die Kiste ist schwerer als sehr jung und der kann die einfach so schieben, als wäre die irgendwie leer oder so. Gut, hatten wir das jetzt irgendwas gebracht? Ich brauch die Kiste oder was, ey. Das ist ja... Das ist irgendwie scheiße. Weil nämlich... ...kann dann nicht wieder hier. Das ist jetzt nicht wahr, Alter. Es scheitert wirklich daran, dass ich hier nicht... ...klar... ...klar... scheiße ich vielleicht ich kann es sind schicksal ins Knie. Jetzt... Tja, ich... So. Er lässt es einfach los. Ja, das ist ja schon mal ein Anfang. Jetzt... Halt das hier! Halt das hier! Halt das hier! Halt das hier, Junge! Halt das hier! So, jetzt, ähm... Gut. Da kommt er also auch an seine Grenzen. Schieb mal. Zieh mal rüber. Schieb mal rüber. Zieh mal weiter rüber. Ach, geht nicht. Okay. Aber das geht jetzt. Ah, super. Jetzt bin ich, äh, hier oben. Und jetzt kann ich hier was machen. Genau. Ich bin mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht sicher, was mir das gerade bringt. Aber irgendwas ganz bestimmt. Ich schaukel hier einfach ein bisschen rum. Und hab ein bisschen Spaß am lieben. Ist ja nicht so, dass ich hier im Limbus wäre oder so. Oh, nee, 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 nee. Nee, ist ja alles ganz chillig hier. Ist Freizeit, oder was? Hier ist ein... Luxusurlaub. In schwarz-weiß, genau. Ja, blablabla. Ich lasse da einfach los. Das... Das... Hä? Hm, warte mal. Das Seil ist hier. Richtig? Richtig so. Warte, warte, warte. Alter, lass doch die Kiste dann stehen. Spring dir doch einfach drüber. Übertreck mal nicht so mit der Kiste. Hey, die Scheiße. Ja, du schaffst das, Junge. Du bist geil. Also... No-Homo-Junge, ne? Aber Junge. Vorsicht. Er hat doch keinen Namen. Das ist das Problem. Menschen, die keinen Namen haben, die kann man einfach nicht namentlich ansprechen. Framerate, bleib stabil. Bleib stabil. Bleib stabil, Junge. Okay, das war jetzt nicht der Junge. Ah, super. Siehste, ich nehme ja gerade sieben Minuten auf und, äh, äh, Framerate ist am Arsch. Also, kurzen Moment. Ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder. Das ist jetzt scheiße. Heilige Scheiße. Fuck. Nein. Nein. Aber immerhin ist die Feuerwehr jetzt wieder... ...sch... 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 ...hoffentlich. LOL. Alter. Was? Was war das denn jetzt? Ja, äh, ich möchte sagen... ...sie super. Dann wird gerade der Schädel zersägt und die Kiste ist scheißegal, ne? Okay, das war jetzt nicht so wie ich mir gedacht hab, aber egal. Kann sein, dass ich die Kisten aufeinandersetzen muss. Vielleicht so, nein, ich kann hier natürlich nicht durchstehen. Junge, bist du inkompetent. Also ich jetzt, ne? Beeil dich. Bitte, beeil dich. Das ist jetzt irgendwie, äh, ich stehe hier relativ unter Zeitdruck, Freunde, Kollege. Ja komm jetzt! Heilige Scheiße! Soll das gehen? Endlich wird nur die Kiste zersägt, nicht ich. Oh, ich werd auch zersägt. Ja, super. Vor allem ich. Okay, das hat jetzt unheimlich viel gebracht. Komm, mach doch mal. Ja. 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 Du schaffst das. Ja! Nein! Ja. Ja. Was passiert eigentlich, wenn ich hier drüber springe? und dann hier gegenlaufen, bin ich trotzdem tot. Ja, 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 ja. Ich sag jetzt nicht, was das mit Steam gerade eingeblumset hat, möglicherweise sollte das noch nicht veröffentlicht werden. Und ich werd mich jetzt selber umbringen, weil das eine Scheißidee macht, ob sich das war die Räder war das war nicht geplant wollte drüber springen äh, Kollege halt mal die Frame-Rage stabil, Alter das gibt's doch nicht Alter scheiß die Wand an wo liegt das Problem? Alter, das das gibt's nicht, oder? ja, äh, toll ich weiß nicht, ob man das gerade auf YouTube irgendwie mitkriegt aber ich hab hier genau einen Frame nicht mal scheiß die Wand an Alter, das gibt's nicht, oder? ja, super nein, nein, nein scheiße, nimm die wieder mit nimm die wieder mit nimm die wieder mit nimm die wieder mit scheiße, 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 scheiße fuck, 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 fuck Kiste ich bin tot Fangschi kann sich nicht entscheiden was er spielt, glaube ich ich kriege die ganze Zeit Overlays so, Kollege und, ähm das wäre jetzt doch ganz nett wenn du mal hier Kollege okay das wird knapp das wird scheiße knapp ne, scheiße geht da oh, Junge fuck Alter willst du mich verarschen, oder? du willst mich einfach nur mobben ich weiß es genau gib's zu vielleicht sollte ich es genau andersrum machen dass du erst die eine und dann die andere Kiste nein, das geht nicht okay scheiße aber warte mal das müsste doch eigentlich gehen ne, müsste es gar nicht genau das ist jetzt das Problem oh, das gibt's nicht Alter bleib stabil, Junge bleib stabil, Krebs bleib stabil Spiel, bleib ja ja alter, Junge das war jetzt Alter genau das wollte ich die ganze Zeit machen und es hat nicht funktioniert aber jetzt hat's funktioniert und ich bin jetzt voll stolz und ich hoffe, dass die Freak ich spreche das Thema nicht mehr an sonst würde mir das Spiel hier noch ganz abschmieren ja, ist irgendwie ein Wasserhahn oder so da oben an den ich nicht rankomme ach ja hm hm, ne Kollege hier hey, was willst du was willst du ich kenne diese Szene hä ich kenne diese Szene schon hä nein ich war zu sch- scheiße ich war zu scheiße ja genau das ist mein Problem grundsätzlich mal ich bin ich nee nee ich hab mich nicht bewegt nein 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 ich hab mich gar nicht bewegt hallo guten Tag ich tu dir nix ich hab mich vielleicht doch bewegt aber das wollte ich dem nicht verraten hä nein warum ich sagte wir werden Freunde ich hab doch sonst niemanden du auch nicht aber ich glaub dir ist das auch scheißegal irgendwie der muss ja den Namen Scheißhausflieger haben oh Gott kennt ihr das wenn ihr einen Flachwitz bringt und der so schlecht ist dass ihr euch eine Millisekunde später dafür selbst umbringen wollt aber dann zu realistisch denkt um es zu tun hä nein das gibt's nicht ich glaub meine Augen leuchten so hell ich glaub das Spiel schmiert mir schon wieder ab ich glaub das wäre ein guter Zeitpunkt um noch eine Aufnahmepause zu machen einmal den Ton durchzurendern und dann selbst mal zugegehen oder so oder irgendeinen Entwickler zu schlagen das ist auch immer eine nette Alternative wenn ein Spiel häufig abschmiert aus welchem Grund auch immer der Entwickler der daran schuld ist der braucht einfach mal irgendwie einen körperlichen Verweis ja den hab ich jetzt ein bisschen sacken lassen aber er hat sack gesagt halt das Maul ich beende jetzt die Aufnahme ciao schau' schau' Vielen Dank.